Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaacs. So, mit wem zocken wir heute mal wieder? Ich würde sagen, wir müssen eine Runde mit Cain los. So, Lucky Foot. Kommt ihr mal bitte alle hier raus? Oh, du auch noch. Na, komm schon. Hier, bitteschön. So, ich hoffe mal auf ein gutes Item. Oh, der Warfare. Das heißt, wenn wir jetzt noch irgendwas Habitmäßiges und Herzgebendes finden, ist der gute Blaze unsterblich. Aber ich habe mal so eine Vermutung, dass wir das nicht schaffen werden. Oder diese Items nicht bekommen werden. Wir müssen das ja so sagen. Okay, einmal hier lang. So, du kannst sterben gehen. Der hätte auch mal gleich in die Luft fliegen können. Ich brauche eine Bombe. Ich brauche eine Bombe. Ganz dringend. Keine Bombe. Oh, hallo Gluten, Toni. Wie würde es denn mit einem HP-Upgrade aussehen? Oh, das war jetzt nicht nett. Oh, ho, ho, nice. Dankeschön. So, weiter geht's. Das mit der Bombe ärgert mich jetzt immer noch. Ich brauche aber auch nicht in den Shop gehen, weil ich für zwei Münzen keine Bombe kriege. So, das halbe Herz nehmen wir uns mit. Ne, doch nicht. Wir haben einen HP-Upgrade bekommen. Okay. So, einmal gegen PIN. Dann gucken wir uns das doch mal an. Schaden werden wir definitiv noch nicht wirklich machen. So, na, komm schon. Aua. Mann, 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 Mann. Der ist jetzt irgendwie, ne, ein ganz klein wenig doof gesprungen, aber nur ein ganz klein wenig. Na, komm schon. Mann, ich habe heute Halsschmerzen, ne. Das ist nicht mehr normal. Man merkt es auch vielleicht so ein bisschen an meiner Stimme, aber, ja. Ich bemühe mich, dass ihr das nicht merkt. Warum nur? Warum so ein Scheiß-Item? Mann, 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 Mann. Und ich sehe gerade, ich habe da irgendwie... Gott, oh Gott. Ähm, ja, ihr hattet jetzt, äh, 2 Minuten 50, ähm, roten Kasten. Im, 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 im Bild. Ich frage mich nur, warum. Hm. Muss man nicht verstehen. Ach, du Schande. Nein, geht weg. Wow, da hat es gescheppert. Fragt mich nie, warum, warum, warum mir OBS da so einen roten Kasten reingemacht hat. Naja. Muss man nicht verstehen. Komm, komm her. Münze für mich. So. Was hätten wir hier denn noch so Schönes? eine Kiste. Hm. Hm. Musste das jetzt sein? Kleiner Gisch. Anscheinend ja. Ich bekomme nichts. Ich bin doch kein... Zehn Bomben. Okay, wir können uns die eine Kiste doch holen. De, de, de. So. Hm. Dann würde ich fast sagen, wir holen uns einmal die Kiste. Mal gucken, ob hier vielleicht der zweite Geheimraum ist. Zack. Nein. Ich hasse euch. Dann könnten wir prinzipiell noch in den Upferraum gehen. Und bekommen zwei Pillen. Das ist grandios. Range Upgrade und was noch? Und HP Upgrade, okay. Dann, 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 dann würde ich fast probieren, ob wir uns hier reinspringen können. Nein. Schade. Hier vielleicht. Jetzt haben wir natürlich keinen Schlüssel mehr für den Shop, ne? Aber der lohnt eh noch nicht wirklich. Hm. Wo können sie noch der zweite Geheimraum sein? Im Prinzip ja nur noch hier, ne? Tada. Spinnen. Ich bin nochmal weg, ne? Och, nö. Ich hoffe mal auf ein gutes Item. Immer schön durch den Raum ziehen. Das hat er gerne. Glaube ich zumindest. Das nehmen wir uns auf alle Fälle mit. So, was hätten wir denn hier Schönes? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Diesmal auf alle Fälle ein bisschen aufpassen. Und wenn er dafür länger dauert, ist auch kein Problem. Ja, ja, ist gut. Ja, ja. Mach du mal. Ich hasse ihn. Boah, ich hasse ihn. Nein, lass das. Ist gut. Er ruhige er sich doch. Dankeschön. Ein Lump of Coal. My Xmas Present. So. Wir hätten hier alles, ne? Jetzt sagte ich hier, ich kann schön wieder meinen Herzcontainer ausgeben. Aber es ist... Nö, nö. So, wir brauchen jetzt erstmal ganz dringend Herzen in dem Raum. Könnte das ein bisschen schwierig werden. Ich glaube hier... Hier verliere ich eher Herzen, ne? Oder auch nicht. Oh, eine Bücherei, ne? Ich bräuchte das Ding eigentlich. Mal abwarten, ne? Oh, nö. Musstest du jetzt die Fliege da rauslassen? Äh. Da komme ich nicht ran. Ach komm, bevor ich mich hier lange mit der Fliege spiele, ne? So. Was ist denn die Lichter mit? Äh, warte mal. Schieß mal hier hin. Nein, falsch. Ne? Da hätte ich lieber eine Bombe verwenden sollen. Das wäre, glaube ich, geschickter gewesen. Nein, nein, nein. Okay, ist gut. Oh, ich hätte... Ich hätte das Ding... ...null würfeln sollen, ne? Da hätte ein Herzball rauskommen können. Turfclubs. Können wir gleich benutzen. So, einen Shop hätten wir hier auch noch. Aber ich würde, wenn dann, mal einen Schlüssel... ...für... ...die Bücherei-Einsetzer, falls da das Book of Revelations oder so drin ist. So, und noch einen Schlüssel. Dann könnten wir doch gleich mal hier gucken. So, dann werde ich mir das mitnehmen. Zack. Das war jetzt so nicht geplant, ne? Full Health. Plug up. Ich dachte eigentlich, da kommen vielleicht, ne? Vielleicht kommt da ein Herzball raus. Das läuft gerade nicht gut, ne? Das läuft gerade echt nicht gut. Ich sollte... Ich sollte vor eine Bücherei gehen. No. The Stars. Okay. Hm. Warte mal, ich... Ich muss noch kurz... ...was nachgucken. Da hat zwar vorhin schon so ein Ding was hingelegt, aber... Ja, ich dachte es mir fast, ne? Boah, schon wieder... Wofür kriege ich eigentlich die ganze Zeit Luck ab, ne? Wenn ich nur Pech habe in den Räumen. So, und hätten wir die beiden Räume auch... ...dann gucken wir mal weiter. Boah, da würde ich so gerne reingehen, ne? Shop. Shop, shop, shop. Dringend. Ich hoffe, da ist nicht Reed drin. Die Pickaxe, ne? Bombs-Arkis. No. Na, okay. Haben wir wenigstens im Moment kein Schlüsselproblem mehr. So, dann machen wir jetzt erst den Boss... ...und dann würde ich gerne noch da unten reingehen. Je nachdem. Susk. Ich hoffe, keine Champion-Form. Ne, die normale. Okay. Oh, der war... Ich wollte gerade sagen, ne? Der war knapp. Ey, was ist denn jetzt los, ne? Boah. Das ist gerade nicht normal, ne? Ja klar. Ich renne in die nächste Fliege, ne? Nehmen wir heute wieder alles mit, ja? Ich stirb jetzt. Okay. Papier-Upgrade. Bombs-Arkis. Zweimal Range-Upgrade. Das ist schon mal nicht schlecht. Und die würde ich mir gerne mitnehmen. Obwohl, ne? Eigentlich würde ich meine Schlüssel gern behalten. Ne. Ne. Diesmal sicherlich nicht. Ne, ne. Lass mal gut sein. Ach, du Schande. Na klar. Es war so klar, dass der Raum hier ist, ne? Na, kannst... Boah, er kann sich schon wieder nicht entscheiden, ne? Der kleine Larry Jr. Oh, Wahnsinn. Ich brauche Herzen. Ich brauche Herzen. Seltec-Fort, ne? Irgendwie, irgendwie komme ich nicht auf die Kombo, die ich gerne hätte. Nicht wirklich. Ich habe keine Bomben mehr, ne? Uuuuhhh. Ekliger Raum. Gibt mir noch Herzen. Ups. So. Gewohnte Taktikverwendner. Geh weg. Keine Lust, hier Schaden zu kriegen. So. Ähm. Vorerst mal nicht. Dankeschön. Dankeschön. Ähm. Stirb doch. Lass nur die Fliege da drin. Ich sag's dir. Uah. Oh, ein Herz. Nice. Okay. Den Boss hätten wir auch schon mal. Spreng hier mal, bitte. Okay. Im Moment einen kleinen Bombenmangel. Oh. Langsam, ne? Langsam. Bad Guess. Mhm. Alles klar. Boah, ich sollte echt mit den Fliegen hier aufpassen. Okay, das hätten wir auch. Gibt's hier vielleicht noch einen Shop oder so? Wer weiß doch schon. Ganz viele Spinnen. Die gibt's hier. Uh. Und Geld. Nee. Counterfeit Penny. Okay. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Wir haben zwei Bomben. Zwei Bomben. Zwei Bomben. Wir haben drei Bomben. Okay, da haben wir wieder eine Münze mehr bekommen. Und da ist der Shop. Aber ich tippe mal sowieso drauf, dass in dem Shop green ist. Bäh. Zeig ich doch. Nein. Ich treffe Green schon wieder nicht. Puh. Steamsale. Und ein Bömmchen. Okay. Okay, dann einmal in den Opferraum. Papier-Upgrade? Sehr gut. Noch ein Range-Upgrade. Ach du Schande. Benutze ich jetzt eine Bombe? Ja, kommt. Müsste ich noch mehr Herzen verlieren? Muss nicht sein. Und mit drei Bomben brauche ich jetzt auch nicht nach dem zweiten Geheimraum suchen. Das bringt nämlich gar nichts. Vorsichtig. Der war gut, ne? Der war gut. So, welchen Boss bekommen wir denn? Das ist der Hollow. Okay. Dürfte in Ordnung sein, solange wir nicht The Blood bekommen. Oh, hier bekomme ich Kohle. Ich mach dem schon wieder keinen Schaden, nicht, ne? Wir brauchen mal eine Tears-Upgrade-Pille oder so. Mal schön auf Abstand gehen. Ist bei dem nicht immer so einfach, weil die immer so ein komisches Muster kriegen irgendwann. Genau das meine ich. Boah, irgendwann müssen die doch jetzt mal drauf gehen, ne? Ich wollte es gerade sagen. Wir haben jetzt doch schon so viel abbekommen. Oh, geht doch. Oh, nö. Die Box. Warum? Hm. Das möchte ich irgendwie nicht haben. Ich hab genug Herz-Container. Aber ich nehm mir mal so Hank-Man mit. Weil man sich halt mit der Stars-Karte aus nem Boss-Bettel-Raum rausholen kann, ne? Ich glaub nicht, dass ich jetzt demnächst auf ein Herz falle. Ach, du Schande. Okay. Ich hasse diese Dinger, ne? Ich hasse sie so sehr. Boah, wohin mit der ganzen Kohle, ne? Oh Gott, ich hasse es. Es gibt hier richtig eklige Räume, ne? Das muss man wirklich dazu sagen. Ja, es gibt eklige Räume. Boah, da hatte ich jetzt Glück, dass der von unten nicht geschossen hatte, ne? Sehr schön gemacht. Spar ich mir... Oh Gott. Ich komm' nicht ran. Ich komm' nicht ran. Puh, das war knapp. No! Okay. Okay. Ist gut. Shop. Ja, ich brauch' nur noch ein Buch. Brauch' nur noch ein Buch. Oder den Nagel. Oder irgendetwas. Ach, du Schande. Oh Gott, dass ich da jetzt keinen Schaden gekriegt hab, ist echt Glück, ne? Oh Gott, lass' das doch sein. Weit wegstehen von denen, mehr Schaden machen. Das ist grad' echt mies, ne? Ich brauch' eine Bücherei, oder so. Oder den Nagel. Eins der beiden Dinge. Okay, das Jammhart wird auch gehen, ne? Oh Gott. Beruhigt euch doch mal wieder. Warte mal, diese Aggressivität, ne? Ist furchtbar. Ich habe so gute Items und kriege gerade schon wieder so auf die Fresse, ne? Boah, wirklich. Ach ja. Oh please, schlaf doch ein bisschen, ne? Die Wahrsagerkugel wäre es natürlich auch, ne? Cancer. Ach du Scheiße. No. Nur ein Herz rausbekommen, ne? Nur ein Herz rausbekommen. Einfach nur wow. Was ein Scheißraum. Was ein Scheißraum. Boah, ey. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Schieß doch noch das Feuer auf. Auf mich. Nehmen wir mal mit. Das Ding können wir aufladen. Hm. Hm. Also das heißt, das Ding können wir aufladen, ne? Wir können es bei jedem zweiten Hit, können wir es verwenden, ne? Noch ein bisschen extra Damage. Den wir jetzt brauchen werden, ne? Das Ding, nachdem wir jetzt neu. Chieß doch mal. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach. Und was kriege ich jetzt? Die Krone, ne? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit ich in den Run komme, ne? Ganz ehrlich, mit zwei Herzen? Das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Wie gesagt, würde ich jetzt irgendwie was kriegen, ne? Was mir Herzen gibt, dann wäre ich unsterblich. Aber ich denke mal, dass wir nicht so weit kommen werden. Oh, beruhig dich doch mal ein bisschen. Oh, Mann. Sowas muss echt teilweise nicht sein, aber ich mach's trotzdem, ne? Ja, sag mal, geht's noch da draußen? Oh Gott, pack dir da die Hupe aus, ne? Oh Gott, pack dir da die Hupe aus, ne? Oh. Bis zum nächsten Mal.